Produktgleichungen lösen, Teil 1. Die Gleichung lautet wie folgt, x mal in Klammern x minus 2 ist gleich 0. Und jetzt bitte nicht auf die Idee kommen auszumultiplizieren, denn wir wollen den Satz vom Nullprodukt anwenden. Ein Produkt wird 0, wenn einer der Faktoren 0 wird. Faktoren? Ja, wir haben einen gelben Faktor, der heißt x, und einen blauen Faktor, der heißt x minus 2. Und die schauen wir uns jetzt einzeln an. Faktor 1 und Faktor 2. Wir haben also zwei Möglichkeiten, dass unser Produkt 0 werden kann. Möglichkeit 1, x ist gleich 0, Möglichkeit 2, x minus 2 ist gleich 0. Das sind diese beiden Faktoren, einmal der gelbe Faktor und einmal der blaue Faktor. Also wir setzen diese beiden Faktoren einzeln 0. Aus dem ersten Faktor gibt sich bereits unsere erste Lösung, x1 ist gleich 0. Beim zweiten Faktor haben wir noch eine lineare Gleichung, da rechnen wir auf beiden Seiten der Gleichung plus 2 und bekommen dann x2 ist gleich 2. Das sind unsere beiden Lösungen und wir haben das Ganze mit dem Satz vom Nullprodukt gelöst. Ein Produkt wird 0, wenn einer der beiden Faktoren 0 wird. Folgt mir gerne bei YouTube, mein Channel heißt Mathematik.